Hi. Es klingt nach dem Traum aller, die ein Problem mit Alkohol haben. Kontrolliertes Trinken. Trinken ohne die Kontrolle zu verlieren. Trinken wie früher, als das mit dem Trinken noch nicht problematisch war. Zurück zum normalen, gesellschaftlich akzeptierten Konsum. Das Alkoholproblem beseitigen, ohne aufhören zu müssen. Das ist das Versprechen. Aber ist das überhaupt möglich? Naja, zumindest gilt die sogenannte Konsumreduktion in der Therapie von Alkoholgebrauchsstörungen mittlerweile als anerkanntes Therapieziel. Und ich dachte mir ganz lange so, hä? Warum? Weil, wenn ich mir meine eigene Geschichte angeschaut habe, dann sind alle Versuche, mein Trinken zu kontrollieren, gescheitert. Alle. Auf Dauer konnte ich es eben nicht kontrollieren. Was kein Wunder ist, denn der Kern einer Alkoholsucht ist ja gerade, das mit dem Trinken nicht kontrollieren zu können. Weiterzumachen mit dem Konsum, obwohl man schon merkt, dass das nicht gut ist fürs Leben. Zu trinken, obwohl man es eigentlich nicht will. Warum also in Gottes Namen ist so etwas wie kontrolliertes Trinken offiziell anerkannt? Die Antwort ist ziemlich interessant. Zum einen ist kontrolliertes Trinken ein Instrument der sogenannten Harm Reduction, also ein Mittel zur Schadensbegrenzung. Hier geht es jetzt erstmal ganz lapidar gesprochen darum, Menschen von zwei Flaschen Wodka pro Tag auf eine zu kriegen. Weil das fürs Überleben tatsächlich schon einen riesengroßen Unterschied macht. Weil das Verhältnis zwischen der Menge an Alkohol und dem Schaden für die Gesundheit exponentiell verläuft. Der Psychopharmakologe David Nutt hat das mal schön am Wein verdeutlicht. Ein Liter Wein ist fünfmal so schädlich für deine Gesundheit wie ein halber Liter. Nicht doppelt so schädlich, sondern fünfmal so schädlich. Der Unterschied zwischen einer und zwei Flaschen Wodka ist dann dementsprechend natürlich noch krasser. Und hier kann kontrolliertes Trinken eben auch Sinn ergeben. Weil wenn Abstinenz wirklich nicht mehr möglich zu sein scheint, dann kann kontrolliertes Trinken dazu führen, dass Menschen nicht so schnell sterben. Da geht es dann aber tatsächlich schon um Leben und Tod. Da geht es um reine Existenzsicherung. Das ist Ultima Ratio. Der letzte Weg, um den Tod irgendwie noch hinaus zu zögern. Aha. Okay. In diesem Fall würde ich sagen, verstehe ich. Ein weiterer Grund dafür, dass kontrolliertes Trinken offiziell als Therapieziel anerkannt ist, ist die Tatsache, dass unser Suchthilfesystem nur einen Bruchteil der Betroffenen erreicht. Nur etwa jeder zehnte Alkoholabhängige ist hierzulande in Behandlung. Und einige Fachleute führen das unter anderem darauf zurück, dass die Menschen denken, wenn ich abstinent leben muss, wenn ich ganz aufhören muss, dann ist mein Leben vorbei. Das kann ich nicht. Das geht nicht. Und die ganzen Psychiater und Psychologen, die wollen ja, dass ich komplett verzichte. Klar, dass ich da erst hingehe, wenn es gar nicht mehr anders geht. Wenn wirklich alles schon in Trümmern liegt. Und auch vor diesem Hintergrund ergibt das Konzept kontrolliertes Trinken erst einmal Sinn. Denn die Idee war, okay, wenn wir den Leuten sagen, ihr müsst gar nicht aufhören, sondern nur reduzieren, dann bekommen wir sie wenigstens zu Gesicht. Dann erreichen wir sie wenigstens. Und dann passiert nämlich auch was ganz Interessantes. Rund 30 Prozent derjenigen, die kontrolliert trinken, werden dadurch dann abstinent. Und schlicht und ergreifend deshalb, weil dieses kontrollierte Trinken unfassbar anstrengend ist. Weil es unfassbar anstrengend ist, seinen Konsum zu dokumentieren, sich andauernd Gedanken darüber zu machen, ob und wann und wie und mit wem und mit wem nicht und wo und wo nicht und was wenn doch und was wenn doch wieder so viel. Und ach, also jeder, der sich schon mal Trinkregeln aufgestellt hat, weiß, wie viel Energie dafür drauf geht. Und dass im Kopf gefühlt nichts anderes passiert, als seinen Konsum zu planen. Und natürlich ist es da viel entspannter, ganz aufzuhören. Und wenn man dann als Suchthilfesystem sagt, yeah, schau mal, wir haben hier einen Weg gefunden, mit dieser krassen Unterversorgung umzugehen. Wir haben eine Hürde gesenkt und Leute halt über Umwege irgendwie zur Abstinenz gebracht. Okay, dann ist das auch eine Erklärung, die ich zumindest nachvollziehen kann. Aber was daran so interessant ist und was dann auf dem Weg in die Gesellschaft gern mal untergeht, ist die Tatsache, dass kontrolliertes Trinken eben ein sekundäres Therapieziel ist. Eine Notlösung. Ein Therapieziel zweiter Klasse. Das entweder dazu dient, dich davor zu beschützen, in den nächsten Wochen zu sterben. Oder dazu, dich zu ködern, damit du doch noch irgendwie bei der besten Lösung landest. Der Lösung erster Klasse. Der Abstinenz. Diese schöne, echte und ehrliche Lösung, die dein Leid nicht noch um Jahre verlängert, die dir nicht vormacht, du könntest eine Drogensucht bekämpfen, ohne dich von der Droge zu verabschieden, sondern die nach und nach dafür sorgt, dass die Biochemie in deinem Hirn wieder in Balance kommt, dass deine Gefühlswelt wieder in Balance kommt, dass dein Leben wieder in Balance kommt. Es gibt noch eine Ebene, auf der das kontrollierte Trinken eingesetzt wird. Und diese Ebene kann ich null nachvollziehen. Es heißt nämlich gern mal, dass das reduzierte Trinken auch für jene funktionieren kann, bei denen die Abhängigkeit noch nicht voll entwickelt ist. Und sowas zu propagieren, halte ich für brandgefährlich. Denn dann passiert in den Köpfen von Menschen mit Alkoholproblemen nämlich genau das, was bei mir passiert ist. Dieses voll geil, ich kann mein Alkoholproblem lösen, ohne aufzuhören. Und das geht halt einfach viel zu oft schief. Das führt einfach viel zu oft in einzig und allein eine Richtung, nämlich tiefer, tiefer hinein in die Sucht, in diese eiskalte Scheißhölle. Ich habe einen Teilnehmer, der über 30 Jahre lang versucht hat, das mit dem kontrollierten Trinken hinzubekommen. Mit Büchern, mit Caritas-Kursen, sogar mit psychotherapeutischer Unterstützung von einem Facharzt für Psychoanalyse und Neurologie, der Anhänger des kontrollierten Trinkens war. Und hey, es hat auch immer mal geklappt, so an einem Abend, für ein paar Wochen. Dann hat mein Teilnehmer wirklich mal nur zwei Bier getrunken. Sogar auch mal ein paar Monate lang, wenn es ihm gerade gut ging und wenn sonst nichts Schwieriges war im Leben. Und ich weiß noch, dass er mir geschrieben hat, das ist mein Problem, Nathalie. Es geht nicht aus meinem Kopf, dass es ja geht. Und ich glaube zu begreifen, dass das ein Irrglaube ist, ist so ein wichtiger Schritt. Denn es ging ja eben nicht. Es folgten ja immer wieder Blackouts, Abstürze, unkontrollierte Eskapaden. Und ich habe ihm damals geantwortet, das kontrollierte Trinken hat für dich nicht immer mal funktioniert. Es hat nie funktioniert, weil immer Abstürze folgten. Genau das ist das Kernsymptom deiner psychischen Abhängigkeit, es auf Dauer nicht kontrollieren zu können. Und solange du auf diese Lüge hineinfällst, bleibst du in Gedanken und im Leben gefangen in deiner Sucht. Und das ist einer meiner großen Kritikpunkte am kontrollierten Trinken. Es verlängert das Leid und oft macht es einfach alles nur noch schlimmer. Und das muss man ganz klar sagen, hier besteht die große Gefahr dieses Konzepts. Meinem Teilnehmer hat es 30 Lebensjahre geklaut. Mit Ehekrisen, mit peinlichsten Abstürzen, Führerscheinentzug und sogar mit einer Vorstrafe. Weil er sich an dieses Konzept geklammert hat, als bedeute es sein Leben. Weil es genügend Fachleute gab, die ihm immer wieder sagten, du musst nicht abstinent leben. Das mit dem reduzierten Trinken kann funktionieren. Aber es hat nicht funktioniert, bis er endlich aufgehört hat. Und heute sagt er, das war nichts weiter als eine jahrzehntelange Quälerei. Erst jetzt, mit weit über 60, fühlt er sich endlich innerlich frei. Und ja klar, irgendwo auf dem Weg in die Alkoholsucht muss es diesen Bereich geben, in dem der Point of No Return noch nicht erreicht ist. Man ist ja nicht von einer Sekunde auf die nächste abhängig. So, ja, verstehe ich. Aber Menschen mit Alkoholproblemen neigen halt auch dazu, sich völlig falsch einzuschätzen, ihren Konsum zu verharmlosen, sich selbst zu belügen und sich selbst einzureden, dass es bei ihnen noch nicht so schlimm ist. Das ist ja auch Teil der Sucht. Und ich möchte dir noch eine Geschichte erzählen, die vielleicht noch deutlicher macht, wie gefährlich es sein kann, diesen Menschen zu erzählen, das kann klappen bei dir. Und das ist die Geschichte der Gründerin des sogenannten Moderation Management Movements. Sie heißt Audrey Kischlein und sie gründete ihre Moderation Management Bewegung genau in diesem Geiste. Also für alle, die problematisch trinken, aber noch keine Alkoholiker sind. Das war so ihr Credo, ne? Es gibt wahre Alkoholiker und es gibt Problemtrinker. Die wahren Alkoholiker, das sind die chronischen, schwer abhängigen Trinker mit Entzugserscheinungen und Leberschäden und so. Die müssen abstinent leben. Problemtrinker hingegen, das seien die, die erst so leicht bis moderat abhängig sind. Und ihr Versprechen lautete, Problemtrinker, die können zurück zum sozial, gesellschaftlich angemessenen Trinken. Und zwar, das war so ihr Konzept, in dem sie erstmal einen Monat lang abstinent leben und dann wieder einsteigen mit so bis zu neun Drinks für Frauen, bis zu 14 für Männer mit drei bis vier alkoholfreien Tagen pro Woche. Und klingt toll, oder? Und für Audrey Kischlein schien es auch zu funktionieren. Also ging sie damit an die Öffentlichkeit. Und ging steil damit. Sie war damit in den 90ern sogar bei Oprah. Ich zeig dir das mal kurz. Und alle so, yay, we need options. Wir brauchen Alternativen für die, die nur problematisch trinken. Für Menschen wie Audrey. Die das ja hinbekamen mit ihrem Moderation Management. Bis sie es irgendwann nicht mehr hinbekamen. Schon während sie in Interviews ihr Konzept noch promotete, fing das wieder an mit dem täglichen Trinken. Fing das wieder an mit den Abstürzen. Und ein paar Jahre später, im Frühjahr 2000, setzte sich Audrey Kischlein sturzbetrunken in ihren fetten Ford Pickup, fuhr los, baute einen Unfall und tötete dabei einen Vater und seine zwölfjährige Tochter. Und als die Polizei Kischlein bewusstlos in ihrem Auto fand, lag eine halbleere Wodkaflasche auf dem Beifahrersitz. Und Jahre später sagte Kischlein dann sinngemäß, ja, dieses ganze Programm diente dem Selbstbetrug. Ich war süchtig und dieses ganze Programm diente dazu, mein Trinken zu legitimieren. Und ich glaube, das kennen auch viele von uns, vor allem rückblickend, süchtige Menschen haben oft eine viel zu krass verzerrte Wahrnehmung, halten sich für viel gesünder, als sie sind und greifen natürlich nach jedem Strohhalm, um den Alkohol im Leben zu behalten, um ihn irgendwie im Leben behalten zu können. Natürlich, sie sind ja süchtig nach dieser Droge. Und diesen Menschen vorzugaukeln, du, das geht, das kannst du wieder in den Griff kriegen, das halte ich für extrem fragwürdig, um es mal freundlich auszudrücken. Und was mich vor allem stört, ist dieses Runtermachen der Abstinenz, das da oft so mitschwingt. Dieses Abstinenz, das kannst du ja keinem zumuten, damit erreichst du ja keinen. Natürlich haben Menschen mit Alkoholproblemen keinen Bock auf den Königsweg, wenn es Fachleute gibt, die den Königsweg als unzumutbar darstellen oder als völlig weltfremd. Ey, ich hatte da schon Unterhaltungen mit Therapeuten, die total abwertend vom Abstinenzparadigma gesprochen haben, als sei das so total veralteter Quatsch, den man nur so den Hardcore-Alkis zumuten kann. Ey, und ich werde da so wütend. Und deshalb muss ich jetzt nochmal ein Plädoyer halten für das Beste, das mir in meinem Leben passiert ist. Meine Abstinenz. Anstatt die Therapieziele einer kranken Gesellschaftsnorm anzupassen, ist es doch viel erstrebenswerter, wieder und wieder für den Königsweg zu werben, für die Abstinenz zu werben, für die sicherste und wirksamste Option, für eine wunderbare und großartige Option. Nicht im Sinne von, ja, sorry, bleibt dir jetzt halt nichts anderes, sondern im Sinne von, schau mal, wenn du es ganz lässt und das als Chance begreifst, dein Leben und dein Denken umzukrempeln, dann kann es dir damit richtig, richtig gut gehen. Dann musst du diese ganze Energie, die du hast, nicht damit verschwenden, dich zu fragen, wann du deine bekloppten fünf Gläser pro Woche denn nun trinkst und ob nicht vielleicht doch sechs drin sind oder Freitag nochmal eins, weil, ups, hab ja alle fünf schon Montag getrunken. Nee, dann musst du nicht das Risiko eingehen, weitere 30 Jahre wegzuwerfen oder dich irgendwann betrunken ins Auto zu setzen und den Fehler deines Lebens zu begehen. Dann musst du nicht wieder und wieder mit dieser Enttäuschung leben, dass es eben doch nicht klappt. Dann musst du nicht weniger und weniger von dir halten, weil du immer wieder denkst, ich schaffe das nicht, ich bin so ein Versager, wieso schaffe ich das denn nicht? Du kannst heilen. Die Biochemie in deinem Hirn kann sich wieder normalisieren. Du kannst wieder Freude an Dingen empfinden, an denen du früher Freude hattest. Du kannst so viele Probleme, die durch Alkohol entstanden sind, schlichtweg dadurch lösen, dass du das mit dem Alkohol sein lässt. Aber all das geht natürlich nicht, wenn du wieder und wieder trinkst. All das ist aber möglich, wenn du einen Schlussstrich ziehst und dich endlich befreist von dem Zeug. All das geht, wenn du all die Energie, die du jetzt dafür aufwendest, Alkohol krampfhaft in dein Leben zu integrieren, indem du diese Energie in Projekte und Gedanken und Aktivitäten und Beziehungen steckst, die dir wirklich wichtig sind, die dir wirklich gut tun, die dich wirklich erfüllen und die dich glücklich machen. So, das musst du mal raus. Danke fürs Zuhören. Wenn du Lust auf Abstinenz hast, schau dir gerne mal meine Programme an. Die verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Bitte gib diesem Video einen Daumen hoch und schreib bitte auch mal in die Kommentare, was du so für Erfahrungen mit dem kontrollierten Trinken gemacht hast. Das würde mich sehr interessieren. Danke, ich wünsche dir alles erdenklich Liebe. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Danke fürs Zuschauen und bis bald.